die höllenfeuer bestien in world of warcraft sind ziemlich coole mounts allerdings sind diese auch relativ selten es gibt gar nicht mal so viele davon wenn ich mich recht entsinne sind sogar nur zwei stück die zumindest dieses model hier benutzen die kamen mit world of warcraft legion ins spiel und wer nicht entweder extrem viel glück hat oder eine beachtliche sammlung an mounts am start hat der kann diese mounts nicht bekommen das ist leider so tatsächlich mögen aber viele spieler diese mounts und dementsprechend hat blizzard jetzt reagiert und macht es mit patch 10.1.7 möglich dass mehr spieler an diese höllenfeuer bestien rankommen können wieso weshalb warum wie diese mounts aussehen die da kommen werden das gucken wir uns in diesem video mal an auch so die animationen dieser mounts und so weiter und so fort und ja ich würde sagen wenn ihr auch in zukunft keine news verpassen wollt noch nicht abonniert habt ihr wisst was ihr zu tun habt vielen dank dafür und los geht es also grundsätzlich das sind die höllenfeuer bestien die mit legion ins spiel kamen laufanimation habt ihr schon gesehen obwohl blizzard an so ziemlich alles flügel dran tackert was vier beine hat schweine ochsen und so weiter und so fort können die dinger nicht fliegen gott sei dank aber haben eine ganz schicke mount special animation die seht ihr hier das geht wenn ihr die leertaste drückt oder indem ihr slash mount special in den chat eingebt und ja es gibt einmal dieses gute stück hier das ist über einen erfolg freischaltbar und zwar geht es damit um die sammlungen von reittieren erhalte 350 reittiere für einzel reiter wir werden einen größeren stall brauchen dann gibt es diesen beißenden frost splitter kern den habe ich seit zweiter zweiter also auch noch nicht so lang tatsächlich aber finde ich nichtsdestotrotz ein sehr sehr cooles mount also entweder habt ihr 350 mounts oder ihr habt super super viel glück denn es gibt noch eins das droppt bei guldan mythisch höllenfeuer bestie ok es gibt sogar wenn man da war noch eine die ich eben gesehen habe höllenfeuer bestie teufelsfeuer höllen bestie das ding meine ich prinzipiell das droppt bei guldan mythisch nachtfestung auch ein legion raid hat wie alle anderen raid mounts eine drop chance von um die es gibt keine offizielle angabe aber laut statistiken bewegen wir uns dabei jeweils bei so um die ein bis drei prozent je nachdem wo man guckt also es ist auf jeden fall sehr sehr selten wenn ihr das haben wollt müsst ihr sehr sehr viel glück haben und dann gibt es noch einmal dieses ding auch von guldan mythisch und tatsächlich das eine ist ein random drop also wie es gerade erwähnt habe ihr müsst sehr viel glück haben ich habe gerade selber nochmal nachgeguckt weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war welches welches das ding ist das mythisch mount das kann nur auf mythischem schwierigkeitsgrad droppen und das ding in grün was ihr eben gesehen habt steht ebenfalls guldan dabei das kann auf allen schwierigkeitsgraden außer elf air droppen so rum ist es richtig also theoretisch kann das auch auf mythisch drin sein das eine war halt früher ein garantierter mythisch drop das ist ja dann immer wenn der content nicht mehr aktuell ist nicht mehr und theoretisch wie gesagt könnt ihr beide noch ergattern aber ihr braucht halt jede menge glück und da kommt jetzt die änderung im spiel mit patch 10.1.7 es gibt zwei neue höllenfeuer bestien einmal dieses gute stück hier ist dann in so einem grau blau gold ton gehüllt finde ich sieht sogar ehrlich gesagt ganz nice aus gefällt mir ganz gut und dann haben wir es hier nochmal in so einem blau orange gelb mäßigen ton auch das finde ich sieht jetzt nicht so verkehrt aus bei beiden mounts ist auch tatsächlich schon bekannt wie man die bekommen wird wowhead hat das per datamining rausgefunden die dinger gibt es für 700 händler devisen im handelsposten dann zu kaufen es heißt jetzt natürlich noch nicht dass die dinger dann sofort im handelsposten landen sobald patch 10.1.7 draußen ist aber ihr könnt euch darauf einstellen sobald der patch erschienen ist wird es wahrscheinlich kein jahr mehr dauern bis es die dann irgendwann käuflich zu erwerben gibt also wer schon immer auf einer höllenfeuer bestie rum reiten wollte der hat bald die gelegenheit und wenn ihr sogar beide haben wollt irgendwann könnt ihr jetzt schon mal anfangen händler devisen zu sparen oder ihr kauft euch das wunderbare anstecksträußchen packt ne sorry das kauft euch bitte nicht aber gut damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen